Was ist die WP Camper Pane? Und durch ihre einfache Bedienung, durch das Camper Inus System. Zur Reinigung kann die Pane, können Türen geöffnet werden und das untere Teil kann herausgefahren werden, sodass das Schneidemesser, die Spreizbänder und die Stüpfelstation leicht zugänglich sind zur Reinigung und der untere Bereich für die Wirktrommel kann ebenfalls einfach gereinigt werden. In der WP Camper Pane Anlage können runde Produkte hergestellt werden und auch Rosenbrötchen. Hier sieht man den Behälter, in dem das Fett gerührt und erwärmt wird, welches dann hinter der Guillotine auf die eckigen Produkte gesprüht wird und dort wird dann in der Rundwerkstation das Fett in das Brötchen eingewirkt, sodass nachher ein wunderschönes Rosenbrötchen gebacken werden kann. Mit der Pane-Linie werden hier auf der Messe eckige, dreieckige Rautenprodukte hergestellt, genauso wie runde Produkte und in weiterer Folge werden diese Produkte veredelt durch Stüpfeln, durch eine Streustation, durch verschiedene Streusaaten bestreut und nachher auf Bleche abgesetzt und in unseren Ladenbacköfen gebacken. Hier sehen Sie die Bedienung der WP Pane Anlage. Das ist unser Inus-Konzept, eine intuitive Steuerung, relativ einfach übersehbare Display. Die Anlage ist direkt erkennbar, man kann die Anlage direkt anklicken und Veränderungen erzeugen, überschaubare Symbole, die eindeutig beschreiben, welche Aufgaben die Anlage erfüllen soll. Zusätzlich sehen Sie unser Camper-Key-System, das ein Passwort-System ersetzt mit verschiedenen Bedienerleveln, sodass die Einstellung der Anlage nur noch eingeschränkt verändert werden kann. Das erhöht im hohen Maße die Verfügbarkeit. Das ist ein Passwort-System, das ist ein Passwort-System, das ist ein Passwort-System.